Luzius ist der mit dem Netz. Luzius! Luzius ist der mit dem Netz vor. Muz! Luzius! Muz! 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 Luzius! Luzius! Die Schiedsrichter entscheiden und der Ritt Jarius darf das Netz noch einmal benutzen. Schiedsrichter können solche Entscheidungen treffen oder zum Beispiel auch Schilde wegnehmen lassen, wenn der Kampf zu lange ging. Zwei Minuten. Wenn die Kämpfer... Muz! 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 Komm schon, Luzius! Er muss das gewisse Ungleichheit ausnutzen. Mann, was ne lange Waffe! Mons, komm in uns! Mann, die Maschine, Blatt! Mann, du sollst mich auf die Decke rühren! Mann, sagt immer wieder an dieser Dreizackspitze vorbei zu kommen. Denn von dir geht die größte Gefahr aus. Luzius! Luzius! Wir haben uns! Wir haben uns! Mann, es kommt vorbei! Die Schiedsrichter sagen, kein Treffer! Schiebern! Schiebern! Dann kann man hinterher schön drüber diskutieren. Ja, Videobeweis gab es damals noch nicht. So schnell haben die nicht auf Pergament gemalt. Aber die haben geblutet! Kommt Jungs, gebt nochmal alles! Luz! 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 Und Sie sehen, obwohl Luzius weniger Rüstung trägt, wird er die ganze Zeit von Mons durch die Arena gescheucht. Man muss sich bei diesem Kampf viel die Kraft einteilen. Denn auch dieser Dreizack wird irgendwann schwer. Ja, die Deckung geht wieder zu von Mons. Au! Und immer wieder wüscht Mons den Dreizack mit seinem Schwert weg. Weil die siehst ja auch nichts. Luzius! Luzius! Ja, Luzius versucht, den Schild aufzuhakeln. Luzius! Kommt aber nicht durch! Luzius! 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 Ja, Luzius! 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 Genau so, Mons! So will ich das sehen! Luzius! Ja, das ist gealt auf dich gesetzt. Ja, Mons macht den Anschlusstreffer! Luzius! Luzius heißt übrigens Berg. Sie können sich vielleicht denken, warum? Luzius! 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 Und wieder wird viel gegen die Füße gegangen von Luzius. Ah, und dann... Nein! Ja! 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 Ja!